So ist coole Sachen für meinen Aussichtsberg. Warum macht ihr eigentlich mal nicht die Creeperlöcher zu dir gemacht habt? Kramer hatte keine Lust. Weil da wird doch jetzt hier was episches hingebaut. Du musst die schon respektieren. So, 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 so. So? So? So, so. So, so. Ey, so, 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 so. Nein. Nein! 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 Warum? Warum, Oma, bist du von mir gegangen? Nein! Nein! So, wo kann man Sand noch weg? Hier. Nein! So, wenn man Sand ist wieder fällt, wie das? So, wo ist denn da drunter auch noch Clean Stone, euer? Oh, wo? So? So, wie ist es wieder Nachtgras? Wird wieder nachtgras? es ist ja auch schon mal hin ich hab dann ich schlafe schon mal lauf schon mal ich bin schon da obwohl ja aber jetzt müsst ihr alle Kübellöcher zu machen oder halt keine ich habe aber keinen Sand dabei zum zu machen dann müsst ihr mal farben aber nicht da wo ich baue das will eine ganz andere Wüste laufen es gibt keine andere Wüste doch wir sind doch die gerne durchgelaufen aber das sind die keine Füße jetzt muss ich einmal umdrehen und dann ist alles voll genau so sieht ich kommt mal bitte weg von meinem Haus und geht am besten auf die andere Seite WTF hier ist voll das fette Loch im Boden das hab ich noch gar nicht gesehen da könnt ihr nämlich Creeperlöcher machen da ist mir egal Creeper weil da sind gleich zwei bei mir sind schon richtig viele ja und wo baust denn du dein Haus da ist so eine Fläche die ist so voll riesig also nicht da wo deine Truhen grad stehen doch deine Nähe das ist doch die 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 Fläche und die das das war doch hinter den diese die Berge sind hinter den Bergen ja kommt schau doch mal in meine Richtung da sind richtig viele Mops deine Richtung ich sie werden ließ 2 3 aber ich bin schon der Berner der Schuss ich bin erst ein ich bin schon 2 4 was in mir kein Mops dass er hier ist oder wenn der Rückschlag in drei Schläge Ich weiß schon, bei mir auch. Jetzt. Weiß man. Creeper. Da fehlt keine Monster. Danke Leon. Das war so ein Schlepp. Das sind meine P. Ja, meine P. Das sind meine K. Oh, danke. Und da liegen noch welche. Oh, danke Leon. Alter, K. Versuch's doch. Echt darf ich? Ne. Würde dir eh nichts bringen. Der ist doch auch gerade erst 5 oder so. Ja, echt. Aber durch seine Level bin ich deutlich gestiegen. Ah, EP. Ja, danke. Vielleicht wird uns trennen. Ja, wir trennen uns. Das sind ganz viele. Das sind ganz, ganz viele. Gott, ey. Nein! Wollte ich gerade nicht kriegen? Oh doch, Mann. Ist mir egal. Das ist der Leon. Oh, IP. Ja, Spinne. Ja. Creeper. Ja. 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 Ich weiß nicht, was sonst noch mehr geht. Das wäre der Kieler. Ich dachte, das wäre der Kieler. Zombie. Alter, irgendwie sind es nicht mehr so viele Monzo zuletzt, immer. Ja, klar, wenn wir die alle ausschlachten, Alter. Also, ich bin schon drei Level gestiegen. Erst. Erst vier. Ja, hallo, von 22 auf 6, nee. Achso. Ich bin von 0 auf 4 gegangen, Mann. LOL. Ich bin von 5 auf 15, ich bin schon 10 Level. Ich habe noch kein Einzigen gesehen diese Nacht. Das, Anna. Hallo, das ist meine Idee, ist verpissig. Du bist es. Wo ist denn jetzt hin? Oha, das. Auf mein Ende. Noch auf der anderen Seite der Berge, oder? Ja, bist du. Ja, komm, bitch. Ja, komm, doch. Alter, dieser schlampen Typ. Da hat er sandgeklaut, ja, und ich habe es genau gesehen. Ausreden für Creeper. Was denn der Typ? Jetzt komm doch, Mann. Warum kommt denn der immer so Scheiße? Schwuchtel. Komm her. Komm doch, ja. Ja, sehr gut. Alter, hier sind gerade entviele. Oh, alter, geil. Alter, entviele Skelett auf einmal. Das ist meine Zombie. Alter, es kommen entviele. Fuck, 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 ich bin fast tot. Dein Kraft ist gar nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter. Warum schlägst du mich, Mann? Essen. Gut, Zombie. Ich bin jetzt schon fast 20, oder? Ich bin fast 30. Was? Mein Zombie! Zombie. Ja, Mann, das ist ein E-P-Google. Juuu, jetzt bin ich 20. Durch die eine E-P-Google, die noch am Boden lag, wie 20. Das ist... Creeper, das sind zwei Stück. Alter, ich habe schon 13 Gunpowder diese Nacht bekommen. Alter, das ist noch nicht falsch, die Nacht. Tja, Elias. 15 Gunpowder jetzt. Ah, da liegt wieder eine E-P-Google. Das ist zwei, drei. Ah, geil. Da liegt noch Skelett. Lol. Ich habe N-P-Creep. Oh, Leute, da kommen zwei Creeper hinter mir. So, als ob wir es��� Und, wir können uns gingen, und wir können uns alle sehen, wie Top эпipele. Und, was das ist ja alles? Vielen Dank.